Hallo ihr Lieben, da bin ich nochmal. Nächstes Knallerangebot vom Januar, schönes Angebot. Ich kann sie hier stehen und zwar unsere Eco Coffee to go Behälter. Warum Eco Behälter? Eco bedeutet wieder recyceltes Material. Manchmal kennt man das ja oder es ist einem schon mal was kaputt gegangen von Tupperware und man hat es in der Garantie abgegeben und dann hat man was Neues dafür gekriegt und das Ganze wird dann in Belgien wieder recycelt. Das heißt also, altes mit neuem ein bisschen vermengt, da gibt es dann anscheinend ein Geheimrezept und dann gibt es ein neues Tupperwareprodukt. Und das ist dabei rauskommen, aktuell aus der ganz neuen Serie. Ich finde sie sehr, sehr schön. Sie liegen auch ganz toll in der Hand. Wichtig ist nur, dass man wissen, dass es wirklich nur Tupperware Behälter sind. Das heißt also, es sind keine Thermosbecher, die längere Stunden heiß halten. Die sind wirklich dafür gedacht, wie wenn ich moins ins Auto installe, hole mal mein Kaffee mit im Auto, wenn ich auf dem Weg in unserer Brücke auf die Arbeit bin, dass ich den während der Zeit im Auto, wo ich am Fahrer bin, trinken kann. Der hat hier oben so eine schöne Gummilasche. Das bedeutet, die kannst du dann einfach so auf die Seite schieben. Und das Witzige ist, man kann sogar unsere Eco-Strohhelme, die sind auch recycelt, hier reinstellen. Und dann hat man nämlich auch automatisch eine Rekuliöffnung für Strohhelmerin zustelle. Das war übrigens damals das allererste Produkt, was recycelt wurde und neu auf dem Markt hergestellt wurde. Und die gibt es nämlich auch im Katalog im Zweierpack zu kaufen. Die wollte ich euch auch immer noch gerade zeigen. Und ihr seht, die kannst du auch verkürzen. Wenn sie dir zu lang sein sollten, könnt ihr einfach hingehen und zieht die eben so ab. Und dann hat er die auch für ins normale Glas zu stellen. Aber die Möglichkeit besteht auch, dass man hier diese schöne Verlängerungsstück schon drauf macht. Wie jetzt für in den Kaffee-To-Go-Behälter, wenn du sie wirklich brauchst, dass du sie auch noch ein bisschen rausgucken lassen kannst. Und das fand ich gedacht, das passt super cool zusammen. Das muss ich euch auf jeden Fall zeigen. Die zwei gibt es entweder im Doppelpack, kriegen also für 30 Euro. Ihr kriegen sie aber auch einzeln, dann kostet einer einzeln 20 Euro. Passend dort dazu, kann ich sie natürlich auch durchstehen, unsere Eco-Twin-Boxen mit den schönen neue Farben. Also es ist so richtig schön die Lachsfarbe. Ich hoffe, das kann man gut erkennen auf dem Video. Die gibt es im Zweier-Set für 10 Euro, aber ich schicke euch auch gleich The Flyer noch immer in die Gruppe. Aber warum habe ich jetzt noch den anderen Behälter hier stehen? Wer ihn vielleicht kennt, das ist ja der, wo es ganz hier im Katalog drin ist. Und ich wollte euch einfach nur ganz kurz den Unterschied erklären, auch vom preislichen her, weil der liegt ja beim Preis weitaus höher. Aber das ist halt ein richtiger Thermosbecher. Wenn ihr einen richtigen Thermosbecher sucht, der mehrere Stunden heiß hält, kann ich euch den super empfehle. Der hält also wirklich sechs Stunden heiß. Der hat auch einen mega cooler Verschluss. Das heißt also, wenn er eine in die Handtasche werfen wolle, gehen wir einfach hin und stellen hier auf das geschlossene Schloss. Dann läuft euch auch nichts mehr aus, dann ist es zu. Und wenn er draus trinken wolle und ihr wollt eine öffnen, gehen wir einfach hin, trinken ins Elmo rüber und drücken hier drauf. Und dann geht auch automatisch hier unser Deckel auf. Und der ist halt komplett aus Edelstahl, ihr Heere also. Der hält danach wirklich richtig heiß und er glitzert noch dabei. Das musste ich euch natürlich auch noch zeigen. Also das als Unterschied einfach mal zu unserem Wochenangebot. Wenn ihr wirklich sagt, nee, Sandra, mir reicht To-Go-Becher, für mit in die Kantine zu holen oder ach, wie du meinst im Auto, einfach auf dem Weg zur Arbeit, ja. Oder wenn ich mal unterwegs mal noch einer ziehen will, dann reichen natürlich die Eco-Behälter, die ich euch jetzt gerade vorgestellt habe. Wenn ihr aber sagt, nee, ich brauche für ein bisschen länger, der muss ein paar Stunden Heißhalle, kann ich euch den sehr empfehlen. Das ein kurzes Video zu dem schönen Angebot von dieser Woche von der Eco-Serie. Tschüss!